Was ist die Aktion der Alkohol-Missbrauch? Also ich habe die jetzt das erste Mal gesehen, diese Aktion. Ich bin überrascht, ich finde sie witzig, positiv. Wird von Jugendlichen sicher gesehen. Eine wunderbare Ergänzung der vielen Maßnahmen, die es in Bayern gegen den Alkoholmissbrauch schon gibt. Wunderschön. Also das ist mein Hauptberuf. Für das Lebig Drogenprävention ist eine enorm wichtige, andauernde staatliche Aufgabe. Man darf die Drogenprävention nicht alleine auf die illegalen Drogen beziehen, sondern muss alle Suchtmittel integral betrachten und Sucht- und Drogenprobleme gesamtheitlich, ganzheitlich angehen. Das ist unsere Aufgabe, das machen wir. Machen wir auch mit Freude.